Knopfiges Salud zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder mal Minecraft Electric. Und wie ihr ja wisst, wird es heute mal um Slime-Fun gehen, wie immer. Und wir wollen ja immer noch den Wind haben. Für das brauchen wir das hier. Und das brauchen wir noch Magical Book Cover. Magical Lamp. Nether Warzen. Ich brauche jetzt nämlich noch schnell ein Schild und noch zwei Spitzhöcken. 17 Level ist unser Ziel. 2 2 2 2 3 3 6 7 ja es war so klar er ist im netter gespawnt er ist wirklich im netter gespawnt er ist im netter gespawnt das war so klar alles damit ich den bindstab craften kann muss nur noch die im netz farmen und halt noch alles aus dem netter zu brauchen so 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 ja perfekt es geht okay danke schonmal mit der stelle dann nehme ich meine netterwarzen und packe die da rein und es funktioniert und er kann mit Lachen und Plätschendermachen die auch so ein bisschen zusammen die Hürde wie geht das jetzt nein wie geht das jetzt ist ihre Selber zur Fläche zu machen wie auch nicht wie machen wir das in den Menschen gewollt wenn es benutzt nein was gibt es ja die hatten wir damals nicht Renten und Lamp 2 ne in der Intense Crafting ok soll es im Normalfall so zu ziehen ne ist das nicht der Intense Crafting Fletchschäber ach so mach ich mal so jetzt aber ne ja krass äh wie viele Villages soll er holen ein oder zwei okay ähm kannst eigentlich zwei holen was war das mit Aufnahme ähm hat er kann sein dass eine Kisse gerade weggeschränkt wurde jetzt schon über zehn blazes gewinnen noch ein einziger place dort bekommen das einfach jetzt bin ich auch auf offenem feld wo muss er jetzt sind in diesem offenen bereich augen kraften sich auf ender und ja danke endlich okay wir brauchen vier für den wind im test match club 3 das ist aber hier ender lamp das ist wieder was anderes dafür brauchen wir sondas ender lamp hier nämlich um direkt ist das zu machen für wind offene ich einen ender land 3 nur einen einzigen und eben diese zwei elementar stoff die man auch alle mächtig ich buch ist hier ein ender lamp 3 das heißt wir machen es ganz schnell und jetzt haben es fehlen wir uns genau zwei ja aber das sind magic lamp und das sind ender lamps und ja das ist ein unterschied jetzt schon ich hab jetzt hier zwei drei und hier einen also brauche ich noch eine ender pearl okay sind hier beim fünf ich habe jetzt alles um theoretisch 4 2a damit können wir einen 3a machen und haben das erste teil für unseren stab wir brauchen ja dann noch zwei Federn die wir sie auch haben der ist auf der Grund zum jahr ist er sagt die reisigen mädchen und veräumt ich bin hallo hallo manche Zeig dir auf dem Cereber! Log dich! Nein! Ja natürlich! Ich glaube ich nehme schon auf! Du nimmst auf! Soll ich auch aufnehmen? Hallo Youtube! Hallo Youtube! Wir sind schon sehr fortgeschritten! Wir sind schon sehr fortgeschritten! Warum hast du das gemacht? Ich nix! Hast du eine Feuerrüstung? Nein! Ich mach mir nen Windstab! Ja hier nicht! Mach nen Windstab bitte! Man kann fliegen! Was? Wie macht man denn? Ich brauch das! Mit... Das ist so viel... Two Elemental Stuffs Ah ja! Woher bekommt man das? Zwei Federn und ein Ende Lampe Level 3! Alles freischalten! Alles freischalten! Das ist sau anstrengend zu machen! Okay! Mein Bad Line ist grad gecrashed! Geiler! Ich hab dem... Wir haben ein netter Portal! Ne! Geil! Wir haben alles! Inzwischen! Hast du alles aufgenommen oder alles upstream gemacht? Ne! Alles aufgenommen! Aber immer noch die gleiche Folge! Folge 1! Schau erstmal hier hin! Schau mal! Ja und komm erstmal hier hin! Hier haben wir einen... Das hier! Dann das hier! Dann das hier! Dann das hier! Dann hier drin ist mega viel Zeug für das Ding! Ja! Ach ja! Schlaf! Komm mit! Komm mit! Oh mein Gott! Ich hab dir solidiert gezielt! Oh mein Gott! Ja komm mit! So! Komm! Komm! Ich glaub hier was oder? Da oben? Da war ich schon lang! Da war ich schon lang! Ja! Was soll denn dann wieder in der Höhle? Ne? Ja eben! Ja! Ja hier muss man lang ja! Ah! Ich war ja auch noch quell! Wohl ne! Das ist der falsche Weg! Zumal nach außen! Ne der andere ist richtig! Ich zeig dir wo wir hin müssen! Ja da war ich schon! Ja da war nur die große andere Höhle! Und dann kommt man in die andere Höhle und dann kommt man nach draußen! Oh Gott! Ok! Ich kann was guck einfach ob sie mitnehmen! Weil ich total mache! Ja hab ich schon gemacht! Hab ich schon gemacht! Geht nicht! Man kommt ganz woanders dann raus wenn man raus geht! Ja dann müssen wir da halt unsere Base bauen! Bei 3.000 Blöcken Unterschieds! Oh! Ja eben! Komm mit! Hier! Äh ja! Und hier ist dann wieder ein Weg! Ja dann machen wir! Lava kommt plötzlich sofort Wasser! Also nimm's! Nimm's! Bring's ja nichts! Wasser! Ich weiß! Komm! Dann! Wasser! Wasser! Hier hoch! Und dann hier runter! Und dann sind wir draußen! Und dann sind wir draußen! Oh Gott! Was hast du denn in der Garten gebaut? Ja sorry! Ja! Vielleicht! Wieso? Wieso? Und jetzt kam mit! Und jetzt kam mit! Und jetzt müssen wir hier hoch! Jetzt müssen wir erstmal in Netta raus! Jetzt müssen wir hier hoch! Nein! 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 Du läufst eine halbe Stunde im Netta runter! Dann springt man wieder runter! Hä? Dann springt man wieder runter! Und dann! Und dann! Und dann! Und dann! Dann ist man draußen! Dann ist man draußen! Dann ist man draußen! Jetzt! Und hier unten ist direkt der Tempel! Ja! 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 drinnen! Dann war's! Dann, den ferns und räum So самых Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.